Weiter geht es jetzt mit Dr. Patricia Mörgen, sie ist uns per Zoom aus Belgien zugeschaltet. Dr. Mörgen arbeitet dort am Royal Museum for Central Africa und ist an zahlreichen internationalen Initiativen beteiligt, etwa der Global Biodiversity Information Facility und Biodiversity Information Standards. Als Biologin überblickt sie einen weiten Bereich unseres Themas, vom konkreten Umgang mit Daten in Museumssammlungen bis zu internationalen Verletzungen. Dr. Mörgen ist außerdem im Beirat von GFBio und ich bin jetzt gespannt auf ihren Vortrag zum Thema GFBio in der nationalen und internationalen Community. Danke. Guten Morgen. Zuerst will ich mal gerne die Veranstalter von diesem Meeting bedanken und dass ich hier kann sprechen. Ich wäre sehr gerne bei euch gewesen in Leipzig, aber dieses Mal ist es nicht so gewesen. Aber ich hoffe, dass ich nächstes Mal euch kann in Person sehen. Erstmal, wer bin ich? Also wenn ich nicht meine Zeit verbringe zwischen einem mittelalterlichen Schloss und einem Palast in meinen beiden Institutionen, bin ich Liaison Officer, wo ich viel Vernetzungsarbeit tue, Project Management und auch die Vertretung bin, entweder für meine Institutionen oder auch manchmal für die Regierung und auch viel Beratung in Verband mit Daten und Kollektionen und so fort. Warum war ich einverstanden, um im GFBio-Beratungskomitee zu sein? Ja, meine Erfahrung ist schon seit 2002 in Biodiversity Information. Ich bin auch sehr aktiv in vielen EU- und nationalen Projekten. Und ja, ich habe auch dann meine Erfahrung aufgebaut in naturhistorischen Collections, inklusive der Daten. Und ich bin auch sehr beteiligt seit zwei Jahren im European Open Science Cloud in den Komitees da. Und für mich war es dann wirklich so eine Win-Win-Situation, wo ich hoffe, dass meine Beiträge zu GFBio interessant waren. Aber ich konnte auch da viel von der ganzen Kommunität beilehren. Und ich war sehr beeindruckt generell bei GFBio, weil ich sehe, dass viele von den Partnern in GFBio und Experten, die kannte ich auch von früher, denn die waren auf der internationalen Szene schon lange sehr gut beschäftigt und haben viele interessante Produkte und Initiativen danach gehabt. Und ich weiß auch von einigen Erfahrungen in meinem Land, dass es nicht immer so einfach ist, auch wenn man international anerkannt ist und viel geschafft hat, dass es nicht immer so einfach ist, auch lokal und auf nationaler Ebene eben dieses Engagement zu haben und dass auch die Daten und das gemobilisiert werden und dass die Stakeholder einverstanden sind mit all diesen Standarden und Best Practices, die eben von diesen internationalen Projekten kommen. Es ist nicht so einfach, die lokal immer anzupassen. Und ich finde da, GFBio hat wirklich einen sehr guten Job gemacht, um die nationalen Content Provider und Stakeholder in das Projekt sowohl lokal, aber sie wurden auch international mehr und mehr anerkannt. Und ich finde, ich habe es sehr gut gedacht, um die Sichtbarheit von den deutschen Biological Collections und Daten in der ganzen Welt mehr bekannt zu machen. Ich war auch sehr beeindruckt, dass GFBio sehr offen war. Ihr habt direkt von Anfang an befürwortet, dass das ganze Content muss open sein, dass man sie einfach finden kann und auch wiederverwenden kann. Ihr wart schon compliant mit vielen internationalen Standards. Und ihr wart auch anverstanden, um bestehende Systeme zu gebrauchen, die schon da waren und sie zu verbessern. Weil offen, wenn so große neue Initiativen beginnen, dann wollen sie immer etwas Neues machen und vergessen, manchmal, dass schon sehr gute Systeme da sind und dass man sie auch verwerten soll und verbessern. Und nicht immer das Alte vergessen. Das fand ich hier, da war es eine gute Balance zwischen Neues und Altes noch verwenden. Und GFBio ist auch sehr nahe daran, um fair zu sein und all die Rekommendationen von dem europäischen Open Science Cloud mitzunehmen in den Aktivitäten. Ich war auch beeindruckt von der Liste von Diensten und Tools, die GFBio-Hift geliefert hat. Und sicher, das Data Lifecycle war für mich wirklich sehr gut, weil ich finde, ihr habt alle verschiedene, Schritt bei Schritt wird man da begleitet, von der Mobilisation von den Daten bis zur Publikation und Wiederverwertung. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und diese Search, Data Submission und Visualization Tools sind auch sehr user-friendly und sehr angenehm, um zu benutzen und sehr effizient. Und das Terminology Service ist auch sehr, sehr nützlich, um jeden zu erreichen. Und dass auch Leute, die neu, auch jüngere Mitarbeiter auch verstehen, was hier ist und auch schnell können verstehen, von was man hier spricht. Und ich will auch hier sagen, während einem Webinar, während einem Flemish Open Science, das wir in Belgien haben, also ich war überhaupt nicht betroffen. Und ich fand das sehr interessant, dass da GFBio und Pangea als Erste waren in einer Analyse von den besten Data and Content Repository, die gut wiederverwert können sein, da waren sie wirklich in erster Stelle. Und das war für mich, ich war sehr froh, als ich das gesehen habe, dass da meine belgische Kollegin in Analyse auch GFBio wirklich sehr gut finden. GFBio in der internationalen Ebene, ich finde das hier sehr gut, dass ihr mit GBF und GBF Germany, Deutschland arbeitet und dass ihr mit ihnen die Infrastruktur, die Datapublikation, die Quality Check und die Überwachung der Data mit ihnen zusammenarbeitet, dass ihr auch Standards gebrückt, von TED-WIC, By-Diverse-Information Standards, sicher ABCD und Biocase, dass ihr im Panel auch habt, darüber gesprochen, mit Anton und Dagmar, also da sind wir uns einig, dass das sehr wichtig ist in so einem Projekt, im Kontext, und auch, dass es andere Data nimmt, so als von der Archeologie und Molekulare und nicht allein die klassischen By-Diversity-Collection-Data. Wie kann GFBio in der Zukunft sich positionieren auf der internationalen und nationalen Ebene? Ja, ihr seid viele von euren Partnern, auch im CETAV, das Konsortium für European Taxonomic Facilities, andere sitzen auch in der Infrastruktur Disco über Scientific Collection, aber auch andere Forschungsinfrastrukturen und, so als die Kollegen gesagt haben, Deutschland ist sehr stark in dem europäischen Open Science Cloud und auch in dem GAIA-X für die Federated Secure Data Infrastructure. Ja, und da müssen Sie auch sehen, wie GFBio für die Fortsetzung, es ist natürlich fantastisch, dass now FNDI for Biodiversity, das viel weitermachen kann, aber ich denke, es ist wichtig, dass die Dienste und Tools, die jetzt in GFBio implementiert sind, dass sie viel aufpassen, wie sie weiter so effizient sein können, als sie nun, sorry, my Dutch is coming back, dass sie, they can be as efficient as they are now. Und auch, ich habe wirklich diesen Data Life Cycle sehr gerne und ich finde, man muss da aufpassen, dass das nicht unterbrochen wird und wenn da was Neues kommt, dass dieses Cycle von der Data Mobilisation zu der Publikation und Wiederverwirkung, dass das noch bestehen bleibt. Man muss natürlich auch zusätzliche Data und Content mobilisieren und auch die Quality und was ist nun der Ausreich von den Daten, als das weitergeht in FNDI und wie kann man auch auf die legalen Aspekte aufpassen mit dem Data Management Plan, dem Nagoya Protokoll, und der Digital Sequencing Information und alle diese persönlichen Daten mit der GDPR, das ist auch was, man muss darauf aufpassen und sehen ja, will NFNDI jetzt alles aufnehmen oder wird es auch in Zusammenarbeit und Komplementarität mit den anderen Infrastrukturen und Initiativen, die ich in den vorigen Slides habe ein bisschen angedeutet. Und ja, wenn Sie noch wollen mit Belgien und uns weiterarbeiten, wir haben so eine Analyse in Belgien hier dann, wo wir im Zentral das European Open Science Cloud hatten und dann die verschillende Infrastrukturen, die Belgien unterstützt, zu sehen, wie, was kann man machen. Und da haben wir zum Beispiel im Botanischen Garten, wo dann beschlossen, dass wir das Disco Flanders Teil übernehmen mit den Unis, einem Forschungszentrum. Und das ist natürlich auf einer sehr kleinere Skala, um das wir kleinere Collection haben, ein kleineres Land sehen. Aber das ist auch so etwas, ein bisschen wie GF-Bio auf unserer Ebene. Und das wird für uns noch sehr interessant sein, als wir da noch weiter mitarbeiten können mit ihrer Gemeinschaft. Und ja, das kommt jetzt zum Ende meiner Vortrag. Und als Sie noch Fragen haben, soll ich die gerne antworten. Wir haben auch in Belgien Workshops, die offen seien für Leute von Belgien, auch von anderen Ländern, als sie geinteressiert sind. Und wir haben da auch Präsentationen von Systemen von anderen Ländern, um ein bisschen zu sehen, wie die arbeiten. Ihr seid da sehr willkommen, als ihr GF-Bio und FN auch eine Präsentation für uns machen wollen. Das könnt ihr uns allzeit kontaktieren und uns anfragen. Danke und Entschuldigung für mein Deutsch. Mein Flämmisches ist manchmal dazwischengekommen. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank.